Den Weg, den Thüringen wählt, den wollen wir auch wählen. Auch wir werden eine integrierte Netzplanung wahrscheinlich ab Herbst diesen Jahres auf den Weg bringen. Herr Müller, die Sorgen der Menschen beim Thema Energie bleiben, mit Blick auf Versorgungssicherheit und Preise. Wie kommen wir durch den Winter 2024? Dieser Winter ist jetzt schon zur Hälfte vorbei. Die Gasspeicher in Deutschland sind immer noch sehr gut gefüllt. Und selbst wenn wir jetzt eine Reihe von wirklich kalten Tagen mit hohen Gasverbräuchen erleben, ist die Bundesnetzagentur sehr optimistisch, was die Gasversorgung in diesem Winter angeht. Wir haben Vorsorge getroffen mit neuen Gas-Terminals an Nord- und Ostsee. Die helfen uns mit unseren Nachbarländern gemeinsam sehr. Der Gaspreis ist in den letzten Tagen sogar eher gesunken, zumindest an den Börsen. Das kommt aber noch nicht bei jedem Verbraucher und bei jeder Verbraucherin an. Und darum ist unser Appell, gucken Sie auf den Vergleichsportalen, ob Sie nicht Geld sparen können. Es gibt eigentlich inzwischen in ganz Deutschland und auch in Thüringen günstiger Gasangebote als noch vor einem Jahr. Die Netzentgelte steigen. Was heißt das konkret für Bürger und Bürgerinnen und wie können Sie Kosten sparen? Leider musste die Bundesregierung aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils eine Entscheidung treffen. Sie spart ungefähr 5 Milliarden Euro an Subventionen, die es sonst gegeben hätte, um die Stromnetzentgelte in Deutschland günstiger zu machen. Das bedeutet leider für jeden Haushalt und auch für die Unternehmen eine zusätzliche Belastung. Die genaue Höhe werden jetzt die regionalen Netzversorger entscheiden und bekannt geben müssen. Im Durchschnitt kann man sagen, bei einer vierköpfigen Familie sind das ungefähr 100 bis 120 Euro im Jahr. Also schon eine Belastung. Was kann man tun? Die Verbraucherzentralen, die Stiftung Warentest, viele andere Medien informieren über Stromspartipps. Kann ich Stand-by-Geräte abschalten? Lohnt es sich jetzt vielleicht doch, einen neuen Kühlschrank nach 15, 20 Jahren zu investieren, der erstmal Geld kostet, aber natürlich weniger Strom verbraucht? Und angesichts der steigenden Netzentgelte kann sich das eben auch rentieren. Thüringen arbeitet an einer integrierten Netzplanung für Strom, Gas und Wasserstoff. Aus Ihrer Perspektive, was gibt es zu beachten? Integrierte Netzplanung bedeutet ja, die verschiedenen Energieträger, die wir haben, Strom, Erdgas, künftig Wasserstoff, gemeinsam zu betrachten. Das tun noch nicht alle Bundesländer. Es ist aber schlau, das auf den Weg zu bringen, weil man das eben gemeinsam denken muss. Wenn man das tut, ist es wichtig, der Industrie, den Unternehmen, dem Handwerk genau zuzuhören. Wo gibt es heute Bedarfe? Wo wird es die morgen geben? Mit den Kommunen intensiv zu reden, wie soll sich die Wärmeplanung weiterentwickeln? Und dann dieses auch energisch und lautstark bei der Bundesregierung, bei der Bundesnetzagentur anzumelden, weil wir das über Deutschland hinweg verzahnen müssen. Den Weg, den Thüringen wählt, den wollen wir auch wählen. Auch wir werden eine integrierte Netzplanung wahrscheinlich ab Herbst diesen Jahres auf den Weg bringen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Thüringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017